Herzlich Willkommen zum ersten Battle Vater Sohn, Sohn Vater. Die Idee steckt heute dahinter, wir gehen kochen und oder wir kochen hier und gehen einkaufen und somit wird uns jetzt in Kürze der Umschlag überreicht und wir erfahren auch erst jetzt, was wir kochen werden. Und somit sind wir beide gespannt, was uns erwartet und wir geben gleich hier die Handys ab, so dass wir unterwegs auch nichts mehr googeln können, in der Form keine Informationen reinholen können, die uns helfen könnte. Die geben wir ab und wir nehmen jetzt gerne freudig den Umschlag entgegen, was wir denn kochen dürfen oder wollen. Alter, für Schönheit. Verdammt. Ja, wir kochen Lapskaus und zwar den Hamburger Lapskaus, gehe ich mal jetzt ganz schön. Den Hamburger Lapskaus, ja. Holla die, mein Fee. Wir fahren jetzt zu Edeka, wir kaufen ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir fahren jetzt zu Edeka, wir fahren jetzt zu Edeka. So, ehrlich gesagt, nicht so viel planen, aber das kriegen wir schon alles hin. Ah, das ist Bombe. Ist das Spaß hier vor? Wenn ich da noch lebe? Ach, das glaube ich schon. Ich dachte einfach. Oh, die Konkurrenz. Und nämlich Frühstücksfleisch. So, jetzt brauche ich nur noch Eier. Eier brauchen wir noch. Aber gut, ich arbeite. Die Dinge sind frei, gehen Sie in sich. Das ist ja auch ein bisschen schmecken, oder? Das sieht hier irgendwie nach nichts aus. Topp. Mach das Filet. Ich glaube, ich weiß wohl nicht, was mir erwartet, aber ich freue mich auf die Küche. Ja, da sind wir wieder. Frisch vom Einkaufen, Edeka. Wir machen Lapskaus. Ich habe hier nochmal ganz frisch einen Rollmops geholt. Später, dann ein paar Eier, rote Beete, Kartoffeln, Kornebeef und das, was Fadi leider nicht hat, Gewürzgurken. Habe ich natürlich daran gedacht. Mein Handy. Er war nie weg. Er war nie weg. Ich improvisiere die Gurke, deine scheiß Gurke, die kannst du für dich behalten. Ich habe frische Kartoffeln, klar, die guten Bio-Eier. Habe ich auch. Rote Beete. Und jetzt kommt es. Bäm. Frischen. Frischen Kornebeef. Und ich habe mich für frischen Matthias entschieden. Verpackt. Weil. Der war verpackt. Alter. Wie ist mein Angriff, meine Schnauze, Junge. Ja, freue mich drauf. Geiles Duell. Erstes Duell. Und ja. Wir haben natürlich noch eine kleine Bestrafung für den Verlierer, dadurch, dass es ein kleiner Wettkampf ist. Das stimmt. Am Ende wird der Verlierer sich die Brusthaare wechseln lassen von dem Verlierer. Von dem Gewinner. Pardon. Wachsen, ne? Wachsen. 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 Also, kann wehtun. Verlierer läuft ohne Brustbehaubung. Ja. Hast du überhaupt welche? Habe auch mehr als genug. Okay. Dann würde ich sagen, Spiele mögen beginnen. Dann würde ich sagen, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in den Haken und Feuerfreikapelle. Perfekt. Du hast ja eh keinen Knarbo, wo du anfängst. Da bin ich ja gespannt. Schokoladebeef, soll ich schon von Lapskaus schon so oft gegessen, aber nie gekocht. Hätte ich immer nur vorgestellt bekommen. Und ja, ich habe es tatsächlich einmal gegessen, aber auch nur die abgespeckte Version. Ich muss erstmal hier mit der Kartoffel klarkommen. Das dauert doch ja ein bisschen, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie viel von was irgendwo mal reinkommt. Also wirklich gar kein Plan. Ich glaube, der eine oder andere wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen nachher, wie unsere Zubereitung dann ausschaut. Aber wir haben auf jeden Fall, also ich habe klar, jetzt. Ich habe auch schon einen im Kopf. Ja? Ja. Das sagt ja nichts aus. Ich lange jetzt nicht überzeugen. Doch, doch, doch. Ja. Ja, ich bin aber gerade sehr konzentriert. Das glaube ich. Ich weiß auch nicht. Bist du noch bei der ersten Kartoffeln? Okay. Was machst du? Wollen wir die Sendezeit erhöhen? Nee. So, die kann ich nachher gar nicht schneiden, bis du deine Kartoffeln fertig hast. Bist du schneller? Nochmal zum letzten Video. Haben uns gefreut, ne? Premiere war klasse, glaube ich, ne? Super angekommen. Auf jeden Fall. Super viel Feedback bekommen. Habe mich am meisten drüber gefreut. War für uns auch das erste Mal, ganz klar. Also, Papa kennt das natürlich schon, ein bisschen vor der Kamera. Ja. Für mich war es das erste Mal, aber es hat sich gut angefühlt. Natürlich im ersten Moment ein bisschen ungewohnt, aber... Hat Spaß gemacht. Ja, ich komme hier nicht. Oder? War das nicht so? Ah, fuck. Schmeiß weg. Das sieht sehr geübt aus bei dir. Ja, die. Das ist natürlich auch die Lebenserfahrung, ne? Das ist nicht nur Lebenserfahrung, das ist Interesse am Leben. Digi, da musst du ein bisschen Schlag reinhauen, ne? Das weißt du, ne? Ich lasse mich nicht unterdrücken, ne? Ich lasse mich nicht unterdrücken. Ich habe einen Plan. Ich mache mir hier gerade eine Brühe. Allerdings eine Hühnerbrühe, um ein bisschen Geschmack reinzukriegen nachher ins Lapskaus. Und das ist auf jeden Fall mein Geheimrezept hier gerade. Yes. Man macht da keinen Scheiß, ne? Du kannst dir ja einen Rat holen, ne? Aber du kannst auch einen Telefonjoker nehmen. Hast du jemanden? Nee. Ich kriege nicht diese Scheißdose. Das ist scheiße, ne? Was würdest du jetzt machen, wenn du da noch ein Schlüssel gehst? Ich habe einen Schlüssel. Du hast nur einen Schlüssel. Dann kommen wir wieder Schlüssel... Aufgebaut ist. Ja, nur die vier. Da passiert doch nichts. Ja, du bist ja erst mal beschäftigt. Weißt du, wie lange Kartoffeln kommen? Mhm. Wie lange? 12, 13 Minuten. 12, 13 Minuten? Echt? Ja. Okay. Ich kriege diese Scheiße hier nicht auf. Ja, das ist natürlich ein Problem. Toch. Wie geht das auf? Einige fragen sich erst bestimmt. Was ist denn, Schatz? Ja, der kann schneiden, Schatz. Oh, du bist ja schon weit gekommen. Dann ist er abgebrochen. Ja? Ich hebele das, glaube ich, mal auf. Ja. Ich würde jetzt sagen, eigentlich... Sicherheitshandschuhe. Ach, so wie gesagt. Aber... Du wirst verrungern, glaube ich, oder? Das alleine schon ist wieder ein Highlight. Das ist echt ein Highlight. Guck mal. Du musst doch gucken, wo die Rehle sind. Ja, mein Zippe. So. Das weißt du so richtig. Und dann gehst du wieder rein. Oh, okay. Ja. Ja. Danke. Nicht dafür. Nicht dafür. Das sieht doch nicht normal aus, was du da machst, oder? Wie kriegt man denn hier einen Bogen denn eigentlich? Geht der automatisch lang, oder? Ja. Ich hätte den, die... Ich hätte deinen nehmen sollen. Ich glaube, das war kaputt, oder? Das ist so geil, Lars, du. Das ist so geil. Ah, das sieht toll aus. Yeah. Schneide den nicht, Junge. Den kann man nicht alleine lassen. Das ist ein Dosenöffner, wie man ihn kennt. Ja, bestimmt. Du hast alles im Griff? Jetzt ja. Okay, sehr gut. Ja, aber ich glaube, ich habe den Dosenöffner, das macht nichts. Ich kaufe es mir in den Runden. Danke. Hier nimmt alles gleich Müll, dass hier alles weg ist, an deinen Metallteilen da, dass da nichts vorbeikommt, ne? Guck mal, hier ist auch irgendwas. Das ist vom Grad, ja. Das ist... Ja. Schön. Ja. Da wirst du staunen nachher, mein Freund. Du auch. Und ich habe ja noch einen, ich habe ja noch einen richtig im Petto. Wenn du mich... Ich muss ja hier meine, meine Kartoffeln immer wieder nochmal geträufeln. So, okay. Das sieht gut aus. Meine Kartoffeln sind fertig. Vom feinsten. Ich riskiere das jetzt. Du sollst ja nicht meinen Deckel verschoben. Hä? Wie sollst du eigentlich meinen Deckel verschoben von den Kartoffeln? Wie mein Deckel verschoben? Bei Deckel. Ja, weil ich ein Gruß noch auf... Ja, ja. Weißt du, wie oft du mich im Leben brauchst? Das mal zur Impfung. So. Warte, jetzt sind wir mal eben. Das war nicht. Das ist mir egal. Ja, jetzt... Jetzt kommen die... Die ganzen Tricks kommen jetzt. So, jeez. Das war nur der Saft, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss jetzt schon ein bisschen passen hier. Das kommt ja jetzt mit rein. Corned Beef. Ich habe einen Plan, ne? Das ist ja das geilste Lapskaos. Wenn ich beim Old Commercial Room will ich das Ding anmelden. Weißt du das? Vielleicht wird meins mit Gold Premier. Oh, ich brauche vielleicht fünf Minuten länger, aber dafür wird meins. Alter, sieht das geil aus. Guck mal. Was? So, und jetzt kommt der eigentliche Hype. Das war nicht so gewollt. Aber jetzt? Ja, du wirst gleich strong spinnen. Du musst nicht immer dumm umsappeln. Oh, ist das geil. Ich liebe ja. Wo ist das Zimmer? Ist alle noch. Nein, das ist auch hier noch. Hier ist immer alles frisch. Das ist ein Burner, das Ding. Das ist... Achtung. Du wirst gleich richtig schön schlucken, mein Freund. Und du wirst es selber, glaube ich, probieren wollen. Das fand ich da gezaubert, ne? Das gibt es so in der Form nicht jetzt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall hat das schon mal echt gelegt. Das ist super. Das ist einfach. Ich muss mir noch was einfallen lassen, wie ich jetzt so die eigentliche... lapse-Cross-Konsistenz wieder hinbekomme. Fuck. Jetzt habe ich irgendwie eine Creme. Sieht auch anders aus jetzt. Also, okay. Aber Optik... Optik hast du schon mal reingeschissen. Die kann ich eben noch schnell zwei Kartoffeln bei dir nachschmeißen. Zu doll. Aber ich wäre ja nicht umsonst ein verkappter Tim Melzer, wenn ich das nicht improvisieren könnte. Definitiv. Ungelogen, ich wollte es jetzt auch zum Mixer greifen, aber dann dachte ich, kannst du halt nicht machen. Ich werde hier gleich die Kartoffeln reinpacken, weil ich ein bisschen Milch nachnehme und dann werde ich das schön stampfen wie ein richtiger Mann. Probieren wir einfach mal. Ich schaue mir das an, wenn dein Gestampfe aussieht da. Ja, aber da essen müssen die Kartoffeln. Auf jeden Fall sieht dein Corned Beef nicht gut aus, mein Freund. Doch, das ist extra. Das sieht aus wie eine geplatzte Arschbacke. Guck dir das mal an. Eine halb offene Dose. Jetzt werden sie langsam weich. Pass auf, dass da kein Metall drin ist, dass wir nicht nur einen Kameramann verlieren. Gar nichts heiß. Vier Minuten noch? Nee. Vier Minuten noch. Was, oh, das sieht doch geil aus. Das sieht echt am Ende aus. Nee, das sieht gut aus, mein Freund. Jetzt sieht das nämlich schon ganz anders aus. Jetzt kommen gleich ein paar Kartoffeln noch einfach ein bisschen grüber mit rein. Oh, das sieht richtig geil aus. Probier mal. Nee, danke. Probieren. Nee, danke. Später, ne? Oh. Oh, mir auch. Geil. So. Ich denke, dass wir dem Ende entgegenkommen, ne? Kleine noch ein bisschen schön zenturieren. Und dann einrichten. Also die Challenge ist gelaufen und Lapskaos sollte es sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Lapskaos ist es bei beiden geworden. Zwar halt auf eine sehr variable Art. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Also wenn ich jetzt Punkte für die Optik vergeben müsste, würde ich definitiv sagen, liegt da schon mal ein Punkt vorne. Ja. Sehr eindeutig. Ja, Geschmackstest. Möchtest du anfangen? Mhm. Also von der Konsistenz her ist das eigentlich, ja, leider definitiv auch hier. Tut mir in der Seele leid. Vor allem habe ich bald einen nicht behaarten Mann vielleicht, aber es wird gelb. Aber ich fühle mich ein bisschen betrogen, mein Freund, ne? So. Zum am dichtesten am Original. Es ist alles da. Sprich, es sind die Gurken da. Es ist die Rote Beete da. Das Ei der Rollmops. Auch hier, Rote Beete, Gurke vergessen. In dem Fall kein Rollmops, sondern Mattjes, aber auch das Ei. Aber aufgrund der Tatsache, dass leider auch das Ei vergessen, äh, das Ei, die Gurke vergessen wurde, geht der Punkt leider auch definitiv an Geld. Leider auch zum dritten Mal Geld. Es tut mir leid, Schatz. Ja, du brauchst jetzt auch nicht mehr probieren. Raus hier. Ich weiß noch nicht, was wir hier für Amateure in der Jury haben. Ja. Aber ich habe verloren. Ich muss mich geschlagen geben. So sieht es aus. Auch mit einem gekauften Jury. Hat riesig draus gelassen. Ich mach mein Ding. Pünktlich zur Bestrafung. Ich glaub, war ein schöner Tag, ein schöner Abend. Das Kochen hat riesig Spaß gemacht. Und natürlich gab es einen Verlierer. Tut mir natürlich auch leid, aber wir haben hier zwei schöne Kaltwachsstreifen. Für Papa. Und ja, ich bin gespannt. Strafe muss ja sein, bekanntlich. Klima, echt. Nochmal, fangen wir noch an. Oh, das muss jetzt mal schön. Aua. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Kannst du mir nicht ändern, ne? Scheiß normal. Fangen wir mal mit einem an. Ah, verdammt die Scheiße, Junge. Bist du bescheuert oder was? Alter. Irgendwer ist ein Doppel, Junge. Das muss ja auch eine kleine Bestrafung sein, ne? Alter. Und der zweite, den kriegst du auch nach hinten. So, machen wir den letzten jetzt noch einmal. Dann haben wir drei Stück fürs 3-0. Macht ja auch Sinn. Und wir verabschieden uns schon mal. Es hat uns riesig Spaß gemacht, oder? Hat es ja. Es werden weitere Battles folgen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis da.